Ja, dann, ich erzähle ganz kurz was über das RIPE-Atlas-Projekt und die dazugehörige Hardware und das ist mein erster Vortrag, den ich jetzt auf diesen neuen Beamer halte, deswegen, ich habe versucht, alle Features von dem Beamer, also auch Full HD und so, in meinen Vortrag einzubinden. Wenn es ruckelt, liegt das an meinem Laptop. Ganz kurz, die RIPE, eine von den fünf Internetverwaltungsstellen oder Regional Internet Registries ist zuständig für Europa und den arabischen Raum. Die ist, die Animationen unten ruckeln müssen. Aber großartig, dass schon zwei animierte GIFs irgendwie dieses Open Office zum Ruckeln bringen. Auf jeden Fall, die RIPE ist dafür zuständig, diese IP-Adressen zu verteilen. Sie haben jetzt nicht mehr so viele IPv4, aber zukünftig ein paar viele IPv6, die verteilen. Und sie vergibt diese autonomen Systemnummern, also die AS-Nummern. Also wenn jetzt ein großer Provider oder halt irgendwie ein System oder so mehrere IP-Adressen hat, dann läuft das unter einer AS-Nummer, dass die sozusagen zusammengehören. Und die betreiben einen der Route-DNS-Server, den Car-Server. Die RIPE sitzt in Amsterdam und ist eine Non-Profit-Organisation. Und diese RIPE ist sozusagen auch zur Verwaltung und zur Sicherstellung des Internetbetriebs da. Das heißt, die haben schon jetzt bestimmte Methoden, mit denen sie halt versuchen rauszufinden, ob die Routen im Internet alle funktionieren, ob alle Systeme von allen anderen Systemen erreicht werden können. Dafür haben sie auch jetzt schon Mess-Netzwerke, die sie aber halt das momentan ziemlich teure Hardware, die sie halt in irgendwelchen Hosting-Zentren stehen haben, die sie an irgendwelchen Internet-Knoten stehen haben. Und das ist halt nicht so sinnvoll, weil die da ziemlich zentral sind und außerdem kostet auch schweineviel Geld. So, schön, wie lange es immer dauert. Also war halt die Idee mit dem Atlas-Projekt, dass man dezentrale Messungen macht, sprich möglichst viele Testpunkte irgendwo verteilt. User-Defined Measurements erlaubt, das heißt also auch jeder Nutzer, der an dem Netzwerk teilnimmt, kann eigene Messungen auf dem Netzwerk fahren. Dazu muss natürlich die Hardware billig sein, damit sie halt in Massen verteilt werden kann. Sollte halt auch irgendwie jetzt keinen 19-Zoll-Schrank brauchen, sondern halt irgendwie so ein einigermaßen Small-Food-Bint. Und halt irgendwas, was man einmal irgendwo hinhängt und dann hängt das da. Und wird halt, also der Nutzer, der sich irgendwie an seinen Router hängt oder der es halt irgendwie an sein Rechenzentrum anstürzt, muss sich da jetzt nicht mehr drum kümmern, da irgendwelche Updates zu machen und lauter den Scheiß. Und diese ganzen Sachen haben sie halt in diesem Atlas-Projekt so reingebracht. Die Hardware im Ganzen, ich habe die mal, ich habe mal ein Demogerät hier, ihr seht schon, das ist nicht so groß. Das ist ein Lendronix X-Port Pro, das ist im Prinzip ein ganzer Rechner in einem Cut-Anschluss. Hat aber irgendwie nur so 8 MB RAM, 16 MB Flash, der hat keine FPU, der hat keine MMU oder was irgendwas. Also das ist halt so wirklich Low-Ding, es läuft irgendwie so ein Micro-Linux drauf. Das Ganze wird dann von der RIPE abgedatet, wenn sie irgendwie neue Firmwares machen. Es ist komplett geschlossen, das System. Also man hat auch momentan noch keinen Zugriff auf den Quellcode, der da drauf läuft. Man weiß überhaupt nicht, was das Ding eigentlich macht. Sie schreiben halt dazu, dass sie irgendwie, also dass sie sowohl die SSH-Keys, die halt für Update-Verbindungen genutzt haben, als auch die verwendeten Command- und Control-Server, also wo die ihre Befehle abholen, dass das halt hardwired ist, damit das auf keinen Fall irgendwie übernommen werden kann. Und überhaupt ist das ja eh designed with Security in mind. Also sie sind auch nicht so ganz glücklich, aber wir kommen gleich zu der Frage, also mit diesem geschlossenen System und dass halt davon nichts öffentlich ist, weil eigentlich ist die RIPE so von der Transparenz und so her ja schon ganz cool. Aber sie haben halt ein paar Gründe dafür. Und da kommen wir auch mal ganz kurz drauf irgendwie, warum sie so ein paar Sachen gemacht haben. Also man könnte ja so ein Mess-Device, könnte man ja auch zum Beispiel irgendwie ein Software-Device, abbilden. Und da haben sie aber halt gesagt, das ist nicht so cool, weil man will halt irgendwie so ein Ding, was man wirklich hinhängt und was dann 24-7 läuft, was keinen Strom verbraucht, wo der Nutzer nicht irgendwie mit seinem Windows-PC die Messungen beeinflussen kann oder so. Und deswegen haben sie halt gesagt, wir machen das in Hardware. Zum Thema Sicherheit sagen sie halt, das Ding hat fast keine Leistung. Also darauf Code zu schreiben ist schon relativ schwierig erstmal. Man kann das jetzt auch nicht so wirklich für riesen Botnetz-Angriffe einsetzen, weil irgendwie so eine SSH-Verbindung aufzubauen, dafür braucht der 30 Sekunden. Also damit kann ich jetzt nicht so mega viel fladden. An sich hat es keine offenen Ports und alle Verbindungen, die von dem Gerät teilt, also beziehungsweise zu dem Gerät werden von ihm selbst initialisiert. Also er holt sich die Measurements von dem zentralen Server. Und wenn das irgendwie zum Beispiel eine Ping-Laufzeitmessung ist, dann schickt er halt seine Pings raus und schickt dann die Pakete wieder an den zentralen Server. Und der Grund, warum das sozusagen eine Blackbox ist, warum das also keine Quelle auf einer Hardware und Software ist, ist halt, dass sie, das ist ein Messnetzwerk. Das heißt, da muss halt schon die Verlässlichkeit der Messung, ist da auch ganz wichtig, also dass die Messungen nachvollziehbar sind, dass die Messungen nicht irgendwie von dem Nutzer beeinflusst werden, dass er halt irgendwie, wenn das jetzt auf dem Rechner laufen würde und da eine Textdatei mit den Ping-Werten rausfällt, dann könnte man ja ganz lustig daran herumschreiben. Dann ist es natürlich auch so, dass es dann keinen Bastlerschwund gibt. Also die Dinger kosten ja auch Geld und die geben sie momentan kostenlos raus. Das heißt, wenn die jetzt dann irgendwie gehackt werden, oder halt irgendwie umgehackt werden zu eigenen Netzwerken oder zu vielleicht sogar kommerzieller Konkurrenz, also das wäre nicht so cool, finden sie. Und deswegen sagen sie halt, die machen das halt als geschlossenes System. Ja, hat natürlich dann auch noch so Sachen, also ich habe ja schon gesagt, es kostet nichts, die Dinger werden gesponsert. Also wenn man das sponsern will, irgendwie kann man, glaube ich, acht so Dinger für 2048 Euro sponsern, damit acht so Dinger irgendwie in der Welt verteilt werden. Ja, sie brauchen halt, also sie brauchen irgendwie, dieser USB-Anschluss ist nur für Strom, der da dran ist. Das heißt maximal 500 mA, wahrscheinlich weniger. Die Bandbreite, die da halt irgendwie gebraucht wird für so eine Probe, also für so ein Messdevice, ist halt irgendwie nischt. Weil der macht halt irgendwie Ping-Tests, der ruft vielleicht mal ein SSL-Zertifikat von der Seite ab oder der macht mal ein Traceroute irgendwo hin. Aber das sind ja irgendwie, also das merkt man nicht. Ja, was man natürlich dann irgendwie, also Aluhut ist so eine Sache, weil man hängt das irgendwie in sein Netzwerk und man weiß nicht, was es macht. Also, ist natürlich dann eine Vertrauensfrage, ob man sich sagt, keine Ahnung, ich hänge da noch irgendwie ein DMZ oder so hin oder irgendwie hänge das noch unabhängig von meiner anderen Infrastruktur, weil du weißt ja nicht, was dieses Gerät dann irgendwie in deinem Netzwerk machen könnte. Es gibt aber da eine ziemlich interessante FAQ dazu auf der Seite, die kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen, wo halt auch nochmal viel mehr jetzt in die Details gegangen wird, was ich jetzt weglasse, weil ich will dir noch kurz zeigen, was man damit machen kann. Aber das sind so die grundlegenden Sachen und ich glaube, jetzt ist auch schon die Folie mit, jawohl, Blink-Effekte gibt es nicht auch. Ich habe da mal hier die Seite offen. Hier sieht man jetzt erstmal so ein bisschen, wo sozusagen die Probes momentan verteilt sind. Oh, ja, in Turkmenistan ist das noch keiner. Usbekistan auch nicht. Iran und Irak haben aber welche. Und es gibt ganz neu seit, ich glaube, drei Tagen oder so ist einer in der Antarktis da unten. Die ist aber gerade offline. Und das hier könnten... Na ja, aber man sieht, also in Europa sind schon relativ viele, vor allem in Deutschland und so. Ich meine, hm. Aber man kann immer noch mehr kaufen davon oder sich mehr holen. So, und was kann ich jetzt damit machen? Also das ist ein dezentrales Sensornetzwerk. Sensornetzwerk heißt, darauf kann ich halt irgendwie diese Measurements fahren. Das ist hier dieses wunderschöne Ding. Ich habe das jetzt... Also, um diese Measurements zu machen, also um jetzt selbst da festzumachen, braucht man Credits. Man kriegt Credits dafür, dass man diese Dinger betreibt bei sich. Und zwar unglaublich schnell, unglaublich viel. Also ich habe irgendwie das gestern Abend um 20 Uhr angeschaltet, heute Morgen um 8 Uhr wieder abgezogen. Also vielleicht waren es jetzt 12 Stunden an und ich habe dafür irgendwie 4.700 Credits so gekriegt. Und wenn ich jetzt irgendwie so ein Measurement mache, ich weiß nicht, ob die jetzt geklappt haben. Ich habe jetzt mal irgendwie hier ein Ping-Measurement von... Also man sieht jetzt hier, das ist ein Ping-Measurement am V4. Es gibt auch Ping 6. Area WW heißt Worldwide. Und ich habe jetzt 15 Drohnen da aus diesem Netzwerk auf raumzeitlabor.de pingen lassen. Das läuft auch noch, aber vielleicht kriegen wir jetzt schon Wert. Jetzt sehe ich halt hier, das sind jetzt die 15 Drohnen, die dem Ganzen zugewiesen wurden, in welchen autonomen Systemen diese Drohnen stehen. Da versucht er natürlich dann auch immer verschiedene zu nehmen, damit es auch irgendwie Sinn macht. Und was ja sozusagen das Ziel von so einer Messung ist, dass ich dann sehen kann, ob meine Seite, mein Host, mein irgendwas, Routing-Probleme zum Rest vom Internet hat. Also das wäre jetzt einer der Anwendungsfelder, den ich da sehen kann. Und jetzt können wir halt irgendwie mal gucken. Also grau heißt not paid, okay. Keine Ahnung. Also man sieht aber jetzt hier irgendwie, dass da Leute aus, also die Probnummer, ihr seht das wahrscheinlich noch schlechter, als ich hier vorne überhaupt schon nicht sehe. Auf jeden Fall haben die Leute ganz schön schlechte, ganz schön schlechte Pinglaufzeiten hier. Also Roundtrip-Triot 400, 500, 600 Millisekunden. Ja. Können wir mal gucken. Also das ist jetzt irgendwie Probe... Also man kann da sich die ganzen Sachen, die man jetzt hier rauszieht mit diesen Messungen, kann man sich auch irgendwie das JSON direkt rausziehen und kann dann halt mehr Statistik drauf fahren. Es gibt auch Public Measurements, da sieht man jetzt ein paar mehr Daten. Also das machen andere oder das macht vielleicht auch die RIPE selbst. Also hier machen sie zum Beispiel irgendwie zehn europäische Drones, die auf die Seite selbst mal einfach pingen. Wahrscheinlich ist das halt das Doku-Beispiel. Dann kann man sich jetzt mal hier irgendwann gucken. So, und da sieht man halt jetzt irgendwie, die haben eine etwas stabilere Ping-Laufzeit. Ja, also kann man auf jeden Fall eine Menge im Ritt spielen und man kann halt selbst irgendwie so Measurements machen. Also ich kann jetzt irgendwie sagen, my measurements, new measurement und dann kann ich halt aussuchen, was ich machen will. Es gibt halt diese Sachen momentan, die suchen noch nach neuen Ideen und man kann auch sagen, ich würde gerne das und das messen und dann bauen die das vielleicht in die Firmware ein. Alle Sachen, also Ping, Traceroute, DNS und SSL-Zert sind immer V4 und V6. Also die IPv6-Version ist dann halt Ping 6. Und dann würde ich halt jetzt sagen, irgendwie ich möchte Traceroute von, also in alle 900 Millisekunden versuch mal irgendwie per ICMP mit irgendwelchen lustigen Einstellungen. Machen wir mal Public raus. Können wir jetzt mal wieder auf Raumzeit-Labor.de gehen. Das sollen die Probes selbst rausfinden, wo die IP liegt. Dann suche ich mir jetzt irgendwie, jetzt kann ich halt sagen, was sollen da für Probes drauflaufen. Da kann ich halt das nach diesen Kategorien machen. Area ist halt die 5 oder 6 Sachen, die es gibt. Also 5 Kontinente, Europa und der persische Raum. Dann Afrika, Asien, Amerika, Nord und Süd jeweils. Oder nee, Australien ist glaube ich eins und Amerika sind zusammen oder so. Keine Ahnung, eine Arktis kann ich glaube ich nicht auswählen. Also das gibt hier, ah da sieht man es ja, also West, North, Central, South, Central, North, East, South, East steht in FAQ was was ist. Also WW ist Worldwide. Und dann würde ich halt jetzt sagen, ich hätte ja gerne 50 Probes, das ist auch das momentane Maximum. pro Messung, die man nehmen kann. Also das ist auch der Grund, warum man das jetzt nicht so unbedingt für irgendwie DDoS verwenden kann, weil du kriegst halt irgendwie nur 50 Probes pro Ding und die können halt irgendwie ein paar Ping-Pakete schicken. Aber das irgendwie als DDoS zu verwenden, ist schwierig. ja und dann, klar, Start-Endzeit festlegen und dann einfach Feuer. Und dann dauert es halt irgendwie. Ansonsten, wie kommt man so eine Probe? Es gibt jetzt irgendwie auf dem Kongress, also auf 29C3, habt ihr die Möglichkeit, irgendwie euch eine zu reservieren. Da gibt es irgendwie so einen Workshop zu dem Thema. Da könnt ihr irgendwie sagen, wenn ihr euch da registriert auf der Seite, ich möchte die auf 29C3 abholen. Dann könnt ihr bestimmt auch mitgebracht kriegen, falls ihr nicht dort seid. Oder ihr lasst es euch einfach nach Hause schicken, das machen sie auch. Kostet für den Nutzer nichts. Ihr sagt halt, dass ihr sie 24-7 betreibt möglichst und irgendwie an euren Rechner, also an euren Router hängt. Braucht halt ein USB-Strom, kannst aber auch über einen 22-Volt-Konverter holen und halt Netzwerke ins Internet. Können sie auch messen. Also denke nicht, dass das die 500 Milliampere ausnutzt. Der macht ja natürlich aktives Measurement nach außen. Also der kann ja auch ein Trace-Root machen zu RIPE, um zu sehen, in welchem autonomen System er steht. Also ihr müsst bei der Registrierung auch, da wird halt abgefragt, wenn ihr sagt, ich möchte eine neue Probe, dann wird halt irgendwie abgefragt, in welchem Ais wird das betrieben. Das müsst ihr alles nicht ausfüllen, weil das weiß er dann selbst, wenn du ihn verbindest. Ansonsten könnt ihr mit dem Ding auch gerne mal rumspielen. Also man darf es nicht aufschrauben eigentlich. Aber das ist halt auch irgendwie dieser Landronics X-Port, den kann man auch, ja, da findet man nicht so viel drin. Also das ist jetzt nicht so interessant. Ist halt nur lustig vom Design her, finde ich. Ja, sonst noch Fragen? Ja, du gibst eine geografische Location ungefähr an, wo du es hinstellst. Ja, das ist halt dann vor allem für diese lustige Karte, meine Güte. Ja, warum heißt das Atlas? Also das hat durchaus auch, wenn wir jetzt gerade bei den Karten sind, was damit zu tun, dass sie halt auch planen, dann wirklich so, das was XKCD macht, das ja immer die Map of the Internet oder State of the Internet, das wollen die halt mit richtigen Daten sozusagen auch mal machen. Also wirklich dann auch Karten daraus generieren, aus den, was weiß ich, Pinglaufzeiten von unterschiedlichen Eisen zueinander und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall ganz lustig und man kann das halt zum Beispiel, wenn man irgendwie Server hat oder irgendwelche Hosts im Internet steht, kann man es halt auch wirklich gut dafür nutzen, um die Uptime zu messen und so Geschichten. Man hat auch Möglichkeiten, also man kann sich da auch dann von der eigenen Probe einen Uptime-Report geben lassen und so Geschichten. Ist ganz nett. Also ist eine lustige Mess-Hardware, die man selbst nutzen kann und man kann es auf jeden Fall auch nutzen, um irgendwie anderen Leuten zu ermöglichen, halt ihr Zeug zu messen. Was gelesen mit den API-Access? Also dass man das an mein Problem anbettet hat? Es gibt hier schon API-Keys, ich habe auch noch nicht irgendwie draufgeklickt. Aber es gibt wohl dann, also du kriegst die Daten von deinen Measurements, kannst du jetzt schon als JSON kriegen, auch die von den Public-Measurements alles. Das kannst du rausziehen und halt in eigene Statistik-Tools schmeißen. Wie das dann mit dem API-Zugang ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ansonsten, ich gebe es gerne mal rum, ihr könnt damit rumspielen und ich gehe dann eben mal wieder auf meine Augenkrebsfolie. Vielen Dank. Vielen Dank.